Wir wollen die beiden Gleichungen mit Strecken veranschaulichen und anschließend lösen. Beginnen wir mit Aufgabe A. x dividiert durch 5 ist 12. Wir können uns diese Gleichung folgendermaßen vorstellen. Wir teilen eine x cm lange Strecke in 5 gleich lange Teile auf und jedes Stück ist 12 cm lang. Stellen wir dies grafisch dar. Wir nehmen eine x cm lange Strecke. Wir teilen diese in 5 gleiche Teile auf. So erhalten wir 5 Teile, die jeweils 12 cm lang sind. Wenn wir nun die Länge der Strecke x berechnen wollen, müssen wir rechnen. x ist gleich 12 mal 5. Die unbekannte x ist daher 60. Die Lösung der Gleichung ist also 60. Gehen wir zur Aufgabe B. x dividiert durch 1,25 ist 6. Wir können uns die Lösung wieder genauso wie vorher vorstellen. Nun müssten wir aber in 1,25 Teile aufteilen. Nachdem dies ein bisschen seltsam ist, weil es sich hier um eine Dezimalzahl handelt, denken wir uns das Ganze ein bisschen anders. Eine 1,25 cm lange Strecke passt 6 mal in eine x cm lange Strecke. Stellen wir auch das grafisch dar. In die x cm lange Strecke passt die 1,25 cm lange Strecke 6 mal. Um nun die Länge der Strecke x zu berechnen, können wir einfach 1,25 mal 6 rechnen. x ist also gleich 6 mal 1,25. x ist damit 7,5. Die Lösung dieser Gleichung lautet also x gleich 7,5.